Was Sie jetzt sehen werden, ist Top Secret. Omega Intelligence hat bei der Angelobung des Präsidenten einen Mann unbekannter Herkunft entdeckt. Nachforschungen ergaben, dass der Verdächtige bei einer alarmierenden Anzahl wichtiger Ereignisse aufgetaucht ist. Er stand mit jedem US-Präsidenten der letzten 30 Jahre in Kontakt. Ich bin ein... Auch mit dem Feind hat er anscheinend so manchen guten Tag verbracht. Khrushchev... Castro... Und Mao. Wir konnten den Ursprung des Mannes nach Österreich zurückverfolgen. Dort ist er erstmals neben Außenminister Fiegel aufgetaucht. Finden Sie diesen Mann, sonst bringt er seiner guten Tag-Mission erbarmungslos zu Ende.